Ihre Begegnung mit der Hexe von Blair Ja, das ist wirklich eine sehr unheimliche Geschichte Ich möchte mich nur entschuldigen bei Mikes Mom und Joshes Mom und meiner Mom Der Herbst, Anfang Winter 1940, da hat das angefangen, das Verschwinden von den Kindern Ich möchte mich bei allen entschuldigen Wenn wir uns verlaufen haben, dann gib ich doch einfach zu Josh! Sie war eines Tages verschwunden, angeblich soll sie in den Wäldern verschollen sein Es war ganz deutlich zu hören, es war ein eindeutiges Kichern, Mann, ja? Es ist meine Schuld Nichts, ich weiß doch nicht, warum jedes Gespräch auf Video sein muss Da ist doch wie eine Dokumentation drin Doch nicht darüber, dass wir uns verirren, wir machen eine Dokumentation über eine Hexe Warum bist du Josh? Es ist nur wegen mir so gekommen, dass wir jetzt hier sind, gehungig Was es auch ist, es wird wiederkommen Was ist das? Unverfolgt werden Warte! Hilfe! 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 Was ist das? Oh Gott! Wir werden hier draußen sterben.